Einen kleinen Rundumblick machen. So, heute ist da so eine Abflussfahrt. Wie heißt das hier? Wo sind wir hier? Wasserspeicher oberhalb von Freinole? Wie heißt das hier? Keine Ahnung. Ja, das Wetter ist relativ wechselhaft. Abends haben wir so ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolken, was super aussieht. Jetzt fahren wir gleich runter nach Freinole. Die Gießmecke hoch zum Lattenberg. Und da melden wir uns ja wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir gerade, Richtung Gießmecke. Wir fahren ein paar Sonnenstrahlen mit hier. Ich glaube, man fährt jetzt mit Gießmecke. Die Gießmecke hoch jetzt noch blauer. bis weg! Da bist du auf. Bist du auf. Ein bisschen aber ein bisschen. Aber Tögenau-sperben! Aber es ist das gerade, das wir uns ja wieder abblieben. Es gibt hier auch noch eine Sonnenstrahlen. Wir haben hier auch noch eine Sonnenstrahlen. Und da bist du auf. Ich bin jetzt auf. Und weinigen. Musik 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 Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Amen. 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 Okay. Okay. Ja. Bist du jetzt da hochladen? Okay, warte. Okay. 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 Der Abschluss ist aber hier, man kann zur rechten Seite kann man den Flugplatz von Ueftrop erkennen. In der Mitte so ein bisschen rum links und links zur linken Seite Autobahnbrücke und die ersten Häuser von Freinol. Oben rechts, weiter hinten im Fernsehen sieht man dann ein bisschen von Ansberg und so weiter. Leider geht uns hier so ein bisschen die Sonne aus. Stefan ist gerade hier hochgelaufen, mit dem Motto schießen und jetzt ist er weg. Ja. 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 oder beides oder beides Musik 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 Ne, wir mal unbedingt Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020